Einen schönen guten Morgen, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Mitarbeiterinnen an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften. Ich habe die große Freude, Ihnen heute das neue kommentierte Vorlesungsverzeichnis in seinem aktuellen Arbeitsstand vorzustellen. Wie Sie wissen, löst es 250 von Hand gepflegte PDFs, nicht barrierefreie PDFs ab, mit denen wir bisher unsere Lehrveranstaltungen öffentlich ausgestellt haben. Bevor ich im Detail auf die Besonderheiten und die Struktur des neuen kommentierten Vorlesungsverzeichnisses eingehe, möchte ich ganz kurz dem Dekanat der Fakultät SLK danken, das bei Herz zugegriffen hat, als die erziehungswissenschaftliche Fakultät ihr Vorlesungsverzeichnis vorstellte und die Implementierung an der Fakultät SLK finanziell großzügig unterstützte. Zum Zweiten an die Kolleginnen der erziehungswissenschaftlichen Fakultät selbst, die uns dabei unterstützt haben, das Vorlesungsverzeichnis an unserer Fakultät zu implementieren. Zum Dritten an das Plon-Team beim Dezernat 7.5, das in einer Grunge-Phase die Lauffähigkeit des Vorlesungsverzeichnisses sicherstellte und last but not least an Gregor Mitzka und Robert Cornelis Schuppe, die die letzten Wochen aus ganz unterschiedlichen Quellen die Informationen so zusammengetragen haben, dass sie belastbar in einem automatisch erstellten Vorlesungsverzeichnis anzeigbar sind. Ich würde ganz gern einen Blick mit Ihnen auf das Vorlesungsverzeichnis werfen und zwar kommen Sie da am einfachsten über die Startseite unserer Fakultät hin, gehen Sie dann auf Studium und von dort aus auf die Lehrveranstaltungen. Wie Sie sehen werden, hat sich an der Seite sehr, sehr viel geändert, denn wir haben neben dem neuen kommentierten Vorlesungsverzeichnis auch eine zusätzliche Übersicht über den modularen Aufbau unserer Fachstudiengänge integriert. Hier sind nur die neuen Studienordnungen berücksichtigt für Bachelor und Master und noch nicht die Lehramtsstudienordnung, die wir zum Wintersemester 2021-2022 in dieser Übersicht implementieren werden, weil sie auch da einiges ändert. Und das wäre das Erste, was ich jetzt einmal öffne, um dann zu illustrieren, wie Sie mit diesem Tool arbeiten können. Zum Zweiten sehen Sie hier bei den Veranstaltungen der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften das neue kommentierte Vorlesungsverzeichnis, zu verzeichnen, dass ich das jetzt einmal öffne. Und daneben die Übersicht über Modul, Campusnet, Kurs- und Prüfungsnummern, die wir ebenfalls öffentlich zugänglich machen. Auch das ein Novum, das es bisher nicht gab. Vielleicht ganz kurz zur Funktion oder warum Sie diese zweite Prüfungsnummernübersicht benötigen könnten. Es ist so, dass es uns noch nicht gelungen ist, bisher zeitlich noch nicht gelungen ist, die Prüfungsnummern in das kommentierte Vorlesungsverzeichnis automatisch zu integrieren. Das hat den Hintergrund, dass die Rückläufe für die Meldung von Lehrveranstaltungen dafür zu ungenau waren, um eine automatische Sortierung nach Modul- und Prüfungsnummern zuzulassen. Denn Sie müssen sich vorstellen, von ungefähr 1.500 zurücklaufenden Datensätzen waren nur 1.000, also circa zwei Drittel, so, dass sie automatisch zuordnen und sortierbar waren. Bei 500 anderen Einträgen gab es leichte Fehler in der Schreibung von Modulnummern, in der Zuordnung von Prüfungsnummern oder Prüfungsleistungen. Und wir konnten diese Rückläufe nicht verwenden, um ein solches Verzeichnis zu erstellen. Dazu sage ich aber gleich noch was. Was Sie wissen sollten, wir werden das Vorlesungsverzeichnis im Fakultätsrat am 17.03. vorstellen und danach können Sie es für die Beplanung benutzen. Es wird jetzt im Moment keine großen Änderungen mehr geben, als wenn Sie jetzt schon mit der Lehrveranstaltungsplanung beginnen wollen, nur zu. Es ist so, dass die Lehrveranstaltungen, das werden Sie gleich sehen, im Moment nach Modulnummern und danach alphabetisch sortiert sind. Ob wir noch weitere Ansichten integrieren können, ist derzeit noch nicht so ganz klar, ob wir diese Aufgabe priorisieren. Wichtiger erscheint uns erst einmal, dass wir die Prüfungsnummern implementieren und dann noch eine Suchfunktion integrieren werden. Das kann sich aber noch über das Sommersemester hinziehen. Ebenfalls dem jetzigen Arbeitsstand und der Arbeitslast vor allen Dingen von Gregor Mitzker und Robert Cornelis Schuppe geschuldet ist, dass wir vor Einschreibenbeginn in Opal individuelle Anmelde-Links nicht mehr werden integrieren können. Das ist aber insofern undramatisch, als Sie tatsächlich in Opal die jeweiligen Kurse finden können. So, schauen wir doch mal auf das erste Pfeil, nämlich die Übersicht über den modularen Aufbau der Studiengänge. Das würde ich jetzt hier mal öffnen. Und wie Sie sehen werden, ist das eine Ergänzung zu den Studienablaufplänen, die Sie in den Studienordnungen finden. Und ich würde ganz gerne am Beispiel des Bachelors SLK Anglistik und Amerikanistik Ihnen jetzt die einzelnen Tools kurz vorstellen. So, also sollten Sie im Wintersemester begonnen haben zu studieren, dann befinden Sie sich im ersten Studienjahr und Sie haben dann wahrscheinlich mit dem Basismodul Grundlagen Sprachwissenschaft unter anderem begonnen. Und das werde ich jetzt mal auswählen, um Ihnen die unterschiedlichen Funktionen zu zeigen. Also Sie sehen hier, dass eine Modulnummer hinterlegt ist. Das ist die SLK BAAABS. Und diese Modulnummer können Sie im kommentierten Vorlesungsverzeichnis im Moment noch nicht suchen, aber in der Prüfungsnummernübersicht. Die Prüfungsnummernübersicht ist geordnet nach Fachstudiengängen neu, Fachstudiengängen alt und Lehramt alt. Lassen Sie sich bitte nicht irritieren. Diese Bezeichnung orientiert schon auf das Wintersemester, wenn wir reformierte Lehramtsstudienordnungen haben. Und wir bewegen uns hier in den Fachstudiengängen neu. Sie sehen hier sind alle Nummern, Kurse hinterlegt, die für unsere Bachelor-Fachstudiengänge und unsere Masterstudiengänge. Das ist eine nicht editierbare Version dieser Übersicht. Und wir haben hier zusammengestellt die Modulnummern, die Modulnummern im Campusnet, die Bezeichnung des Moduls, die Kursnummern, die notwendig sind, um zum Beispiel in diesem Modul Seminar und Vorlesung zu differenzieren. Und wir haben die Prüfungsleistung einer Kursnummer zugeordnet und einer Campusnet-Modulnummer. Zu den Kursnummern. Das ist eine Hilfe im Studienbüro, um zwischen den unterschiedlichen Veranstaltungstypen zu differenzieren. Für die Verbuchung der Leistung, also hier einer kombinierten Hausarbeit, ist das im Master Euros schlichtweg nicht notwendig, denn die wird nur unter der Campusnummer geführt. Okay, gehen wir noch einmal zurück. Also wir haben die Präsentationsvorlage und sagen, wir sind im Bachelor SLK Agnistik Amerikanistik im ersten Studienjahr und wir suchen nach dem Modul SLK BA AA BS. Das probieren wir doch mal aus. Also STRG F, fügen hier diese Modulnummer ein und springen dann im Dokument bei den Fachstudiengängen neu auf eben diese Modulnummer. Hinterlegt ist die Campusnet-Nummer und hier sehen wir auch Basismodul Grundlagen Sprachwissenschaft und die Prüfungsleistung, die Sie hier absolvieren müssen, ist eine Klausur. So viel dazu. Sie können natürlich auch danach nach dem Modulnummer schauen. Das Ganze funktioniert ja rekursiv, zum Glück. Und diese Übersicht ersetzt im Moment unsere Suchfunktion im kommentierten Vorlesungsverzeichnis, die noch nicht implementiert ist. Werfen wir wieder mal einen Blick auf das kommentierte Vorlesungsverzeichnis. Das Ganze ist nach Studiengängen geordnet und wir blicken mal auf die Anglistik Amerikanistik, das erste Hauptfach. Da haben wir uns gerade bewegt und schauen hier nach den Veranstaltungen, die in diesem Semester angeboten werden. Und Sie werden auf den ersten Blick sehen, das ist die von uns gesuchte Modulnummer BAA BS, das Basismodul Grundlagen Sprachwissenschaft, auch nochmal der Modulname neben der Modulnummer aufgelistet. Und bei diesem Einführungskurs, nämlich die Einführung in die Diakronen Linguistik, also Sprachgeschichte von Sven Leukott, finden Sie ebenfalls diese Modulnummer verzeichnet. Darum, es handelt sich also hierbei um die Veranstaltung, die wir unter den Prüfungsnummern, da springe ich nochmal schnell hin, als eine Basismodul, also eine Veranstaltung im Basismodul identifiziert haben, in dem Sie eine Klausur schreiben zur Campusnet Nr. M0704B5P01. Also das sind die relevanten Informationen, die Sie brauchen. Und so navigieren Sie durch das kommentierte Vorlesungsverzeichnis. Die Ordnung nach Modul gestattet Ihnen, sich zu orientieren im Studienablaufplan zum einen, zum zweiten in dieser Präsentationsvorlage für den modularen Aufbau unserer Studiengänge. Und innerhalb dieser Modulzuordnung sind die Lehrveranstaltungen nach Titel alphabetisch sortiert. Hier könnte man sicher auch andere Ordnungsmechanismen sich denken. Hier sind wir auch auf Ihre Anregungen gespannt, aber natürlich auch darauf, ob Sie mit dieser Ordnung zunächst einmal sich orientieren können. Und ich blicke mal von hier aus weg auf einen der Lehramtsstudiengänge, denn dort ist die Zuordnung zwischen Literatur, Kulturwissenschaft und Sprachwissenschaft auf der anderen Seite ein wenig komplexer. Und damit Sie sich dort ein Bild machen können, wie das Ganze ebenfalls dann aufgebaut sein kann. Wir gehen mal nach Englischlehramt an Gymnasien. Und Sie sehen hier, dass ebenfalls zwangsläufig die Einführung in die Diachrone Linguistik, also die Sprachgeschichte von Sven Leukert angeboten wird. Hier allerdings unter einer alternativen Modulzuordnung. Und wir schauen mal, ob wir die in der Prüfungsnummernübersicht finden. Wir müssen dazu auf Lehramt alt gehen und suchen nach exakt dieser Nummer. Und finden Sie tatsächlich im Fach Englisch für vier unterschiedliche Lehramtsstudiengänge unter dem Namen Basic of Linguistics unter der Prüfungsnummer 30110. Und hier leisten Sie eine Klausurarbeit. Schauen wir nochmal, ob das Ganze stimmt. Basic of Linguistics Modulnummer passt und Sie schreiben dort eine Klausur. Das sind im Wesentlichen die Optionen, die Sie haben. Jetzt möchte ich Ihnen zum Schluss noch eines zeigen und zwar die Druckversion des Ganzen. Und dafür blende ich jetzt einmal hier ab, warte bis die geladen ist und schalte dann das Video wieder auf. Das ist die Druckansicht des Studiengangs, den ich Ihnen gerade hier gezeigt habe, nämlich Lehramt an Gymnasien Englisch. Und Sie sehen, dass Sie jetzt hier ein automatisch erzeugtes PDF vor sich haben, das alle Lehrveranstaltungen für das Fach Englisch in einer Übersicht zusammenzieht. Bitte ignorieren Sie, dass hier im Kopf steht Fakultät Erziehungswissenschaften, denn diese Bezeichnung rührt aus dem Quellcode des Vorlesungsverzeichnisses für die EW her. Das wir hier adaptiert haben, das ist noch nicht korrigiert, wird aber im Verlauf der nächsten Zeit. Und hier sehen Sie alle relevanten Angebote, die im Fach Englisch für Sie bereitgehalten werden. Und Sie können sich in diesem PDF sehr einfach orientieren. Und auch hier funktioniert natürlich eine Suchfunktion, die eben anvisierte Vorlesung, nämlich im Modul SLK SEGY ENG Basic Ling, Basic of Linguistics. Die Einführung in die Diachronenlinguistik von Sven Leukert finden Sie hier in dem kompletten Veranstaltungstext. Wundern Sie sich bitte nicht, dass im Moment noch keine Räume hinterlegt sind bei den Lehrveranstaltungsangeboten. Das hat damit zu tun, ganz wesentlich, dass wir bis Pfingsten digital gestützt unterrichten und bis Pfingsten nach und nach die Raumplanung abschließen und die Räume in die jeweiligen Kursbeschreibungen integrieren. Also seien Sie bitte nicht verwundert. Das hat ja ganz andere Gründe als die Erstellung dieses kommentierten Vorlesungsverzeichnis. Gut, ich schließe das jetzt mal und hätte zum Abschluss noch folgende Punkte, die wir demnächst integrieren wollen in dieses kommentierte Vorlesungsverzeichnis. Nämlich zum einen ist das eine Ansicht der Prüfungsnummern, die Sie jetzt in einem separaten Verzeichnis finden. Und zum zweiten ist es eine Suchfunktion, mit der Sie gezielt das kommentierte Vorlesungsverzeichnis durchsuchen können. Beides ist in Arbeit, wird aber wahrscheinlich erst im Sommersemester tatsächlich umgesetzt werden können. Noch eines, das was diejenigen, die im Moment die Lehrveranstaltungen gemeldet haben, haben wir ganz unterschiedliche Systeme, mit denen Sie arbeiten. Also es gibt zwei oder drei zentrale Excel-Files und die Robert Fischer zusammenstellt und daneben gibt es, neben diesen Excel-Files gibt es noch die Meldung von Kommentaren an die jeweiligen Institutssekretariate. Und das Ganze wird sich im Sommersemester ändern. Nämlich, wir schieben jetzt die Planung an für das Wintersemester 2021 und wir wollen darum werben, auch im Fakultätsrat, dass nur noch die ganz einfachen Meldungen, also das heißt, die Nennung von Lehrveranstaltungstiteln, Wunschtermine und so weiter und so fort, jetzt nur noch in Excel zusammengestellt werden. Das heißt, es ist die erste kleine Abfrage, die in der Regel genutzt wird, um Lehrkoordinationssitzungen durchzuführen, wo es noch große Veränderungen gibt, Verschiebungen und Zuordnungen zu unterschiedlichen Studiengängen. Und nach dieser Erstellung dieser ersten rudimentären Übersicht, also ohne Eintragung von Modulnummern, ohne Prüfungsnummern und so weiter und so fort, soll unser Schulungskonzept auf das neue Vorlesungsverzeichnis beginnen und zwar, wie man bestimmte Kurse anlegt und einträgt. Das ist im Moment in Vorbereitung und startet im frühen Sommersemester 2021, damit wir Ihnen die Möglichkeit geben, nicht nur den Output Ihrer Informationen zu zeigen, sondern auch die Eingabemöglichkeit, wie Sie darauf, wie Sie damit umgehen können. Und ich würde ganz gern die Gelegenheit nutzen, zum Schluss Ihnen einen Blick auf dieses Eingabesystem zu zeigen. Sie sehen, auch das ist dem CMS der Erziehungswissenschaften gesetzt, weil wir über diesen Zugang tatsächlich arbeiten. Und ich würde jetzt mal auf die Lehrveranstaltung ändern gehen und Ihnen einen Überblick über die Masken geben, wie sie sich im Moment darstellen. Sie sehen hier, wir haben die unterschiedlichen Lehrveranstaltungen übersichtlich gelistet und dann einzelne Module zugeordnet, die zu den jeweiligen Veranstaltungen realisiert sind. Und Sie können mit einem einfachen Eingabesystem hier diese Veranstaltungen anlegen, ändern, korrigieren und so weiter und so fort. Und ich würde dafür werben, dass wir auf der Basis dieser ersten rudimentären, ganz einfachen Meldungen von Lehrveranstaltungen dann schulen und auf das System gehen, das jetzt einmal sauber hinterlegt ist. Wir haben uns richtig entschieden, wenn ich mir die Heterogenität der Daten zu den Prüfungsnummern, Modulnummern anschaue, das nicht in die Hand aller Einzelner zu geben, hier ihre Lehrveranstaltungen anzulegen. Das hätte vermutlich in einem heillosen Durcheinander resultiert, weil wir Module ausgewiesen haben von Studiengängen, die nicht existieren, weil wir Module, weil Module tatsächlich falsch abgekürzt worden sind, um sie automatisch zu sortieren und so weiter und so fort. Und die Bereinigung dieser Daten hat jetzt die letzten Wochen in Anspruch genommen. Aber jetzt sind wir auf dem Stand, dass wir auf das System schulen können und dann entsprechend auch ein sauberes Vorlesungsverzeichnis im Wintersemester haben werden. Das soll es für heute gewesen sein. Eine Bitte habe ich, nämlich, dass wenn Ihnen Fehler auffallen und Ungenauigkeiten oder Sie noch Zuordnungswünsche haben, dass Sie diese Bitte immer gesammelt über die Institutssekretariate an kvv-slk.tu-dresden.de senden, sodass wir einen gesammelten Überblick haben und vor allen Dingen auch die Institutssekretariate einen Überblick haben, was an Meldungen anläuft und wie Sie das Ganze umsetzen können. Probieren Sie das neue Vorlesungsverzeichnis aus. Ich bin sehr gespannt darauf, wie Ihre Rückmeldungen dazu sind. Und ich hoffe, dass Sie, wie ich und das Dekanat der SLK, das Potenzial dieses Vorlesungsverzeichnisses sehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie Anregungen und Kritik haben, dass Sie mir die Bitte zukommen lassen und bin für heute ganz herzlich, Ihr Alexander Lachsch.